Erinnert mich beim Rausgehen nochmal, Leute. Oh je. Warte mal, ich wollte eigentlich Arielle noch ihre ganzen Zauber wegnehmen, ne? Ursula's Grotte, ein Ort, an dem man niemals sein möchte, meine Freunde. Deine Zeit ist gekommen. Oh je. So, hauen wir die einfach mal kurz weg. Dieses Lachen werden wir noch sehr viel hören. Okay, ich glaube, so war das, ne? Muss man immer das, was drin ist, oder immer das Gegenteil? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube immer das Gegenteil. Kann das sein? Wenn's blau ist, muss ich Feuer. Weil grün ist nicht gut. Wenn's grün wird, ist es glaube ich whack. Okay, zum Glück hat die nicht eine Milliarde Leben. Ich hätt eigentlich mal, äh, noch Items ausrüsten können. Sollen? Also. Kannst vergessen, dass sie was anderes macht, ne? Kannst du halt vergessen. Ja, und dann ist es halt teilweise noch so, dass man nicht trifft, weil... Fakt und so. Also, für alle, die es noch nicht gerafft haben, wir müssen immer Magie in den Kessel machen. Der so, ich glaub, das Gegenteil ist von dem, was schon drin ist. Oder, oder irgendwie... Ich weiß es nicht. Es ist sehr nervig. Oh Gott. Nicht mal das Spiel hat Bock auf den Kampf. So. Ja, natürlich, Ariel, erst mal zwei, drei, vier Mana weggehauen, ne? Das macht man so. Bevor man in den Bosskampf geht mit Ursula. So, ich hab jetzt schon Bock. Einen Schlag. So. Dann machen wir da einfach mal was rein. Muss ich da... Kann ich da jetzt schon wieder was reinmachen? Oder... Da kommt halt ne Flamme raus. Aber da passiert sonst nix. So, die beiden Muränen sind für uns eigentlich dazu da, ein bisschen MP aufzuladen. Ich gehe mehr. So. suspended vor. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Einfach rein spammen, bis er explodiert. Ich hab halt nicht das Gefühl, dass er explodieren wird. So, wir hauen die Muräen. So, jetzt haben wir zwei Kombos rausgebracht. Jetzt schon wieder nicht. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich Erfolg hab mit der Strategie. Aber okay, es wurde noch kein einziges Mal irgendwie. Aber es kann halt sein, dass es einfach nur... Guck mal, jetzt ist der halt wie irgendwie... Hmm. Hmm. Wenn du es so lange brauchst, heilt Ursula den. Hm. Verstehe. Okay, dieses Grün ist ein gutes Zeichen, quasi dann ist es voll, oder wie? Also, beziehungsweise, ne? Ah, ja. Jetzt können wir der Kuh in die Fresse boxen. Gibt nur leider gar kein Mana zurück, Alter. Okay, das war sehr gut. Aber leider sind wir jetzt gleich tot. Aber den Sieg werden wir uns nicht nehmen lassen. Ich werde da mit Items durchgehen. Mir ist komplett egal, Alter. Ich glaube, Feuer bringt nichts, wenn es... Ja, ja, doch, du darfst nicht... Wenn es rot ist, darfst du nicht Feuer benutzen. 100%. Da bin ich mir... Da bin ich überzeugt. Es hat gerade so ein Schildzeichen gegeben. Und jetzt kommt da so ein Feuer raus. Habe ich sie, habe ich sie gehauen? Digga, warum sind auf Profi die krassen Bosse so einfach? Das werdet ihr mir büßen. Nixenflosse erhalten. Ah, ja. Blockiert. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ah, ja. Äh, crazy. Crazy, 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 crazy. Ich habe das Gefühl, auf Profi sind die krassen und nervigen Bosse sehr einfach. Und Bosse, die du sonst nie auf dem Schirm hast, sind auf einmal schwer. Aber okay. Also ihr seht, warum ist wahrscheinlich der nervigste Bosse des Spiels. Einfach, weil man die ganze Zeit mit diesem Kessel kämpfen muss. Und, äh, und Ursula die ganze Zeit diese... Ah, 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 kackdrehattacke macht. Tada. Aber man muss einfach sagen, auch wenn die Maps teilweise sehr unlogisch aufgebaut sind und weird, es ist einfach atmosphärisch. Guck mal, hier gehst du raus und dann in so einen Rachen rein und so. Es ist einfach schön gemacht und atmosphärisch. Die Farben passen. Es ist einfach schön gemacht. Auch hier, so, ne. Es ist einfach stimmig. Von der Grafik ist es nicht das krasseste, was man jemals gesehen hat. Aber die Atmosphäre kommt rüber. Oh Gott. Also, hier war noch eine Truhe, laut euch. Wenn's die Truhe ist, hab ich sie schon. Schnibidi. Aber ich hab da auch noch einen Eingang, der mir fehlt. Und, den ich noch nicht benutzt hab. Und zwar da. Egal. Ich geh jetzt einfach mal da rein. Ah, warte mal. Das ist der Geist hier des Bösen. Moment. Zurück. Hier. Da rein. Da war ich noch nie. Dieses grelle Licht aus der Nähe betrachten. Hä? Noch näher? Oh. Unter dem Boot. Geist, das ist ein Schiff. Wenn ihr das in der Mitte meint, dann ist es ein Schiff. Kein Boot. Aber ich wüsste nicht, wo. Also, ich mein, ich war ja schon drin. Nee, ist ne Kiste. Oh, je. Jetzt müssen wir halt wieder die bekämpfen, ne? Und dann verfehlen wir noch. Oh, je. Oh, je. So, ich hab jetzt einfach mal alle meine Mana verballert. Oh, Lunarstein. Den Geysir, den du gerade umgehauen... Den Geysir, den du gerade gehauen hast, den meinen die? Oh, Lunarstein. Oh, Lunarstein. Das hier? Oh. Wow. Wow. Okay, das ist jetzt ein Shortcut. Oh, ein Orichalkon. Okay, I get it. Ich dachte aus irgendeinem Grund Gravitas, aber ich glaube, das liegt daran, dass... Ich glaube, das liegt daran, dass es im zweiten Teil so ist. So, ich gehe mal ganz kurz ins Versteck von ihr, weil da können wir uns heilen. Mein Gott, jetzt hat das... Oh, fuck, wir können uns ja gar nicht heilen. Lul, never mind. Ja, Leute, also die Anweisungen waren ja mehr als dürftig. Ich wollte doch einfach in dieses Loch. Und ich habe gesagt, nein, beim Schiff, da ist es hier. Beim Schiff ist was. Da ist gar nichts. Aber gut. Du gehst mir übel auf den Zaar. Du, 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 du. Du, du, du. Und was habe ich jetzt bekommen? Oh, oh, was bist du? Was mache ich mit dem? Was zum Teufel mache ich mit dem? Ich habe ihn noch nie gesehen. Angreifen viele Treffer, landen. Okay. Stoppen, dann so oft schlagen. Shit. Da habe ich mich verdrückt. Ah, ja. Ja, das ist halt das Ding, ne? Wenn man nie Mana hat, alter. Ich wollte eigentlich gar nicht hier lang. Ich wollte eigentlich genau in die andere Richtung. Hey, guys. Ich frage mich wirklich, wann wir mal wieder an den Speicherpunkt kommen, man. Das ist so disgusting. So, egal. Kann ich bitte hier in Ruhe gelassen werden von den Saftsäcken? Danke, denn jetzt rüsten wir die Nixenflosse aus, meine Freunde. Und mit der Nixenflosse können wir so schnell und so stark schwimmen, dass wir gegen Strömungen kommen. Das bedeutet, wir kommen ins absolut letzte Gebiet von diesem Level. Jämmerlichen Narren, ich herrschte jetzt über die Meer. Das Meer, seine ganze Beute, verbreiten sich vor meiner Macht. Well, willkommen zum richtigen Bosskampf, Leute. Das ist der echte Bosskampf und schön, dass wir keine Mana haben. So, können wir das jetzt nochmal machen? Einfach mit Mana? Oh Gott, damn. Well, die Nixenflosse ist wieder nicht ausgerüstet, ne? Toll, machen wir das jetzt jedes Mal oder? Atlantica. Ich würde halt gerne irgendwo zu einem Seepoint, Alter. Aber scheiße. Das scheiße, ich drauf, Mann. Wahrscheinlich wird der Teil viel schwieriger sein. Oh Gott. Oh je. Heißt die mich? Oh, die wollte mich gerade beißen. So, ich nehme da einen Biss jederzeit, wenn ich einen Schutz habe Dann kann ich wenigstens keine Tollwut bekommen von dir Ursula Ursulina Das Problem ist nur, irgendwann geht mir die Mana aus und ich mache gefühlt gar kein Damage So, schön in den Specknacken schlagen Oh je Okay Okay Ich hoffe, das ist der Try Oh oh Hey Ursula, du hast da ein Nasenhaar Ein ekelhaftes und so ein komisches Muttermaler an der Wange Sieht ganz komisch aus Schrecklich Oh 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 Ich dachte, ich kann nicht sterben, wenn ich Heil-Items einsetze Wozu habe ich dieses Ability? So, die machen wir jetzt kurz weg Also, die sind mir jetzt ein bisschen anstrengend Feuer 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 Zack So Können wir jetzt bitte die nächsten Flosse ausrüsten? Danke Ha, 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 ha Tech Boost Betäubung, Schlag, Analyse, Perforieren, Glückspilz und Charmeur Ehrlich gesagt Für diesen Kampf hier ist es total egal Aber es ist okay Leider Haben wir jetzt die Items wieder nicht, ne Das Problem ist Oder Warte mal Wenn man verliert Verliert man doch auch die Items Oder nicht Oder ist es nicht mehr so Oder wie ist es Geh mal in einen anderen Raum Ja Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Schnell was killen Für das ein oder andere EP Dann gehen wir schön in die Grotte rein Rüsten aus Und dann gehen wir nochmal in Ursulas Kampf Hojo Hojo So Status 500 500 800 300 600 Okay Ja Scheiß drauf Scheiß auf das eine Level Ähm Wo ist das Ding Ich glaub da Oder Nein Warum sind hier jetzt auch Viecher drin Ich Fass es nicht Alter Ich bin so lost Ich weiß nicht wo Wo ein Speicherplatz ist Aber eben Genau das war Ariel Genau deswegen hassen sehr viele Leute Ariel Oh mein Gott Ich hab niemanden getroffen Amazing So Kollegahs So Kollegahs Okay Das kann man scheinbar wirklich nur einmal machen Gut Was auch immer das gebracht hat Hab ich jetzt Ich brauch immer noch Okay Ich hab knapp 100 EP bekommen Okay Whatever Äh Aber hier ist halt wieder Wo zum Fick war diese dumme Muschel Alter Da drin oder Es muss da drin sein Bro Danke Mann So Also Wir rüsten jetzt mal ganz kurz aus Rausholen Mega Äther Mega Äther Mega Äther ist eigentlich ziemlich nice Ne Mega Potion High Potion High Potion Okay Die anderen brauchen das Ne Du musst Stopp Immer wieder Erneuern Bevor es sich bewegt Also immer noch 8 Stoppen Äh 8 Schlägen Okay Ich dachte das hätte ich gemacht eigentlich Aber gut Scheinbar war es zu spät So Meeresströmung Ab geht's Ab geht's Ich würde gerne ihren Specknacken treffen So Ursula gib mir doch mal Gönn doch mal Gönn doch mal ein bisschen Speck Rosula ist keine Gönnerin Und die anderen sind halt wieder tot Gut Lufi ist schon wieder Weg Digga Oh oh Jetzt habe ich nichts mehr für mich Ich auch noch nicht. Also Ariel halt die ganze Zeit Goofy und Goofy stirbt. Imagine, was Donald hier machen würde. Donald würde ja nur sterben. Donald ist immer noch im Umsterben. What the hell? Okay. Ja, du kannst halt nicht weg, ne? Also die macht es halt und dann bist du da stuck. Und wenn du nicht zufällig einen Schutz draußen hast, dann war es das. Oh Mann. So, schön in die Achsel, Haare. Schön in die Achsel rein von der Ursulie. Die haben wir beide nur am Rumsterben. Nur am Rumsterben, Alter. So, ich habe jetzt keine Mana mehr. Das wird jetzt sehr eng. Aus dem Nichts. Woher? Woher? Geheilt, wollte gerade wegschwimmen. Boom. Tragbares Accessoire. Let's go. Let's go. For da, sorry, ne? Dass ich da den BMW gestohlen habe. Bitte sei nicht böse mit mir. Ist das meine Schuld? Was? Du bist Ursula gefolgt, weil ich nicht wollte, dass du deinem Herzen folgst. Oh Gott. Er hat die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Er hat die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Ah. Mein Dreizack kann ebenfalls das Schlüsselloch offenbaren. In deinem Versteck ist das Schlüsselloch. Ah, tschüss. Blitz wurde zum Blitzra. So Freunde, wer ist ready für das Schlüsselloch? Er hat die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Erzähl mir, Sura. Deine Welt. Wie ist sie? Oh, das mit, äh, ich hab dich angelogen. Tut mir leid. Es ist okay. Aber, wenn du zu anderen Welten reisen kannst, kann ich das vielleicht auch? Es gibt so viele Orte, die ich sehen will. Eines Tages. Ich werde einen Weg finden. Irgendwie. Ich bin mir sicher. Nun, wenn du ihn findest, tu mir den Gefallen und lass mich aus dem Spiel. Gefallen. Dann hier sind K usher deer Fareüssgerinya.